General, wir sind entdeckt. Gut. Wartet! Eins! Das ist eine Wahle! Rückzug! Ich bin nicht so wie andere Männer. Die Mächtigen betrachten mich nur als Wüstling. Ungeeignet für höhere Ämter. Doch ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Cesar. Du wirst bedeutend sein. Du wirst nichts ohne mich. In welchem Land sind wir hier? In meinem. Untertitelung des ZDF.